So, das weg, das weg, du weg, was, hä, was, ach das sind Stacheln, sag mal, wie konnte ich die denn übersehen, oh, wow, cool, aber jetzt ehrlich, wie konnte ich die Stacheln übersehen, wie blind bin ich? Also, ich glaube, ich bräuchte ein neues paar Augen oder eine neue Brille vielleicht, so, komm, 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 ja, voll, eine neue Brille wäre nicht schlecht, ja, ja, da kann man rein, und hier ist wieder was, oh, rennen, cool, brauche ich nicht, aber egal, cool, oh, heilo, das brauche ich, ja, das ist gut, so, jetzt hoch, Weg, geh weg, geh weg, ne, 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 natürlich, er kann durch die Wände werfen, aber ich nicht, ich finde es schon doch, dass man hier noch auf eine einzige Fähigkeit limitiert wird, man, er ist das, äh, erste Kacke hier dran, man ist noch auf eine Fähigkeit limitiert, zweite Kacke, oh, wow, Ein Treffer Fähigkeit, ach, scheiß drauf, ein Treffer Fähigkeit weg, Renn, 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 Augen zu durch, wuhu, nein, okay, der letzte Sprung hätte nicht sein müssen, aber Rest war ein, oh, yeah, Super gemacht, Kirby, oder ich, also super gemacht, ich, Yeah, Da habe ich sogar alle Geheimnisse gefunden, So, Oh, jetzt bin ich eisklimmer, Kirby, 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 du bestehst doch eh nur aus Luft, warum gehst du unter im Eis? Mann, Ach, Eis und Frost sind unterschiedliche Sachen, Also, und tot, doch nicht, Was sie bei Kirby's Funpack noch zusammengeschmissen haben, in eine Fähigkeit, haben die jetzt so getrennt, Nein, 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 da war eine Maxi Tomate, äh, Nein, Fies, So, komm, holen wir uns das mal, Elektro, Natürlich, Genau, mit dem einen kleinen Puste, Vieh ich, was ich da mache, haue ich Elektro tot, So, der Maxi Tomate braucht jetzt auch nicht, und Laser will ich nicht, Ja, ja, bla, Ich weiß, Kirby's Körper ist mindestens genauso tödlich wie jede seiner Attacken, Also benutze ich ihn auch, So, verwandelt, So, rein da, Nein! Ey, du hast ja extra auf mich gewartet, ich weiß es doch, Nur, um mich zu treffen, und, Hallo? Ich will mein Schwert. Weißt du was? Ich hasse dich vorher. Mann. Was soll das für eine Kacke hier? Bin ich zu doof zum Spielen oder was? Ha, 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 ha. Däh. Nicht nochmal. Du, du musst Feuer. Wow, 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 die Fliege verfolgt mich. Ha, verarscht. Ach, scheiß drauf. Weiter gehen. Ey, die scheiße verfolgt mich wirklich. Geh weg. Ich werde dich verfolgt von allem und jedem und was auch immer für eine Kacke. Ich habe Angst. So, auf ins Sechste. Ja, ich weiß, ich spiele schlecht. Aua. Ich bin nicht unter Wasser. Weg, weg, weg. Strom. So. Ich lasse das nie wieder los. Natürlich. Strom ist schwach gegen Eis. Wer wusste das denn nicht? So, stirb. Nein, ich nehme kein UFO. Und ich werde auch nicht... Okay, her mit dem UFO. Ich sterbe hier auch nur, weil jeder Gegner meint, in mich reinfliegen zu müssen. Was? Wer hat mir gerade von hinten in den Arsch geschossen? Welches UFO war das? Ah, und jetzt wollen keine UFOs mehr kommen. Nur weil ich einmal gestorben bin. Natürlich. Natürlich. Jetzt wollen die natürlich nicht mehr kommen. Nein. Warum auch. So, auf. Ich nehme Oben Weg. Loben. Loben ist immer falsch. Ja, vor allem, weil ich beim Bossen lande. Bei denen ich mich auch nicht verwandle. So, komm. Schmeiß mir nochmal eine Bombe rüber. Hallo? Schmeiß mir nochmal eine Bombe rüber, die ich benutzen kann. Verreckt verdammt nochmal. So, weg mit dir. Nein, verliere mich schon wieder den Falschen erwischt. So, jetzt aber einer tot. So. Ist doch so klar, da... Was, Entfernung? Ist doch so klar, dass ich den falschen Weg nehme. So, jetzt einfach durch. Hätte ich ihn runtergenommen, hätte ich wahrscheinlich einfach direkt durchlaufen können. So, komm. Bis zum Ziel. Und noch viel weiter. Boah, Mann. Das Ding hat mich beinahe getötet. Du weißt auch immer, zu den besten Zeiten zu kommen, Meta Knight. Weißt du das? Meta Knight, du hast es echt drauf. So, da kam einer. So, dann der da. Und der. Und da oben noch einer. Wow. Okay, und du noch. Hurra, alle gesaft. Ich frage, ich weiß, ist ja eigentlich der Endboss. Boss Time oder noch ein simples Level? Boss Time. Aber nicht ohne Fähigkeit. Da ist eh nix. Ich nehme einfach das, was in der Galerie, der im letzten Level war. Galerie, Galerie, Galerie. Da. Was haben wir hier? Tornado oder Stein? Nimm ich Stein. Vielleicht ist es ja sehr hilfreich. Äh, rein da. Wee. So. Und Boss Time. Gegen. Meta Knight? Toll. So. Weck, 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 weck. Nein, 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 nicht auf mich drauf. Ich hab dich gleich besiegt. Nein! Los, gib mir mein Schwert wieder. So, komm her. Zack, 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 zack. Was? Ich hab dir schon mehr als Hälfte abgezogen. So, ein All-Out-Battle. Äh, Vettel, ja. Und das ist der entscheidende Schlag. Hurra, hurra. Hallo? Ich sagte, hurra. So. Geht doch. Juhu. Ich hab Internet besiegt. Juhu. 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 Ich hab Internet besiegt. Aurora Allee. Yeah. Okay, dann war's das für heute mit Kirby Lightman Dreamland. Wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns am Anfang. Wir sehen uns am Anfang. Wir sehen uns am Anfang. Vielen Dank.